Darf ich nur kurz unterbrechen? Einmal den Pullover glatt streichen, der ist ein bisschen raufgerutscht. Bitte schön. Einmal glatt streichen den Pullover. Das macht Sie um 20 Jahre jünger. Ja, aber wenn ich noch weiter ziehe, bin ich ein Kind. Ich rate, noch ein paar Minuten zu warten. Ich spreche schrecklich langsam. Ich versuche ja, wenn ich den Gedanken von Anfang an habe. Wird das so gut gehen? Absolut. Das ist sehr spannend. Und Sie müssen mir sagen, wenn ich andere Fragen stellen soll. Ich versuche, blöd antworten. Das ist ein Deal.